Ich übertreibe heute maßlos, was diese Folgen angeht. Ich habe ja schon wieder so viele gemacht, wollte ich gar nicht. So, mit dem Stein hier, ich meine, das können wir ja alles. Stein, Steinstufen. Ich mache dann hier auch Stein rein. Und hier kommt Holz rein. Warte mal. Äh, Eichenholz. Und oben drüber, Birkenholz. Hier kommen Zaun, einfach Zaun, weil da kann ich Zauntore und Zaun reinmachen. Und da haben wir ja noch relativ viel sogar. Ähm, ja. Und Stöcke. So. Und hier ist jetzt noch nichts drin, da wird dann wahrscheinlich auch Sand. Ach ne, wisst ihr, äh, Sand. Sand, äh, Sandstein. Haben wir hier ja auch noch ein bisschen. Genau. So. Jetzt gehe ich mal ganz kurz hinter zur Werkbank. Ich brauche nämlich, das könnte ich zwar alles mit der Hand machen, ich mache es aber lieber hier. Jetzt noch ein bisschen Birkenholz. Das machen wir jetzt erstmal so weit zu. Ähm, ich würde das Haus nicht viel länger mehr machen. Ich würde es einfach so lassen. Und dann aber hinten irgendwie noch. Ach, ich weiß nicht. Erstmal halt Stopp, was ist denn hier drin? Ach, das ganze Genitive. Hier ist ja auch noch ein bisschen Blemps drin. Das müssen wir noch mal rausholen. Hier sind die Werkzeuge jetzt. Da würde ich hier links. Würde. Ja, brauche ich doch. Ah, brauche ich doch auch. Was ist denn los? Hier würde ich also jetzt anfangen, die Mineralien reinzutun. Mit anderen Worten. Hier kommt die Kohle rein. Zack, zack, zack. Zack. Ähm, wir brauchen neue Kisten. Ach, komm. So. Kohle. Ich würde aber auch hier oben noch ganz gerne Kohle lassen. Das geht natürlich nicht. Oh. Ach, du lieber Gott. Ja. Kohle. Ähm, hier oben. Was ist denn das? Steak. Oh. Wo sind jetzt meine Schilder hin? Hatte ich jetzt keine mehr, oder? Ich habe keine mehr. Ach, du Scheiße. Ich wirf mal ein bisschen schnell was weg hier. Weil ich brauche Schilder. Okay, 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 okay. So. Äh, sechs Stück. Das werden jetzt natürlich auch nicht reichen. Aber ist egal. Lass du mal, äh, oben wie gesagt, kommt dann auch noch Kohle mit rein, weil ich ja später noch viel Kohle haben werde. Äh, hier kommt mal Eisen, Eisen rein. Oben drüber machen wir Gold. Und da haben wir ja Gott sei Dank auch ein bisschen hier Eisenerz und normales Eisen. Und oben drüber hier Gold. Und dann tun wir hier drüben noch was basteln. Nämlich. Äh, nämlich, nämlich, nämlich. Obsidian. Das ist egal jetzt. Wir haben ja viel Platz hier. Das sieht jetzt alles noch ein bisschen karg aus, wenn ich das hier so reinmache. Oben drüber ist ein Maragd. Wenn wir mal welchen haben, irgendwann sollten. So. Nee. Nichts, nichts Maragd. Diamant. Da haben wir ja nämlich schon einen. Aber wirklich nur einen. So, und dann kommt nämlich hier noch das andere Zeug rein, nämlich. Lapislazuli. Lapislazuli. Und. Keine Schilder mehr. Oh Mann. Und hier oben. Redstone. Nämlich. Genau. Da haben wir zwar keinen, aber wir hätten. So. Klar, ich hab hier die Axt. Oh Gott. Ja, und da müssen wir jetzt nämlich mal da rüber gehen. Denn wenn jetzt hier die ganzen äh, Bodenschätze stehen, in Anführungsstriche, könnte man das hier drüben nämlich machen mit Sandstein. Ist hier. Da könnte man hier ja eigentlich ja mal also Glas. Glas auf jeden Fall reinmachen. Glas haben wir ja hier auch. Wahnsinn. Und hier. Auf jeden Fall nochmal die Wand eins länger machen. Huch. Ähm. Und noch mehr Schilder bauen. Ist unglaublich. Es ist unglaublich. Das zieht sich dann auch alles so in die Länge. Ist Wahnsinn. Hier könnten wir dann nämlich bauen. Ähm. Laub. Und hier oben. Ähm. Setzlinge. Ach, falsch. Setzlinge. So. Die holen wir uns jetzt da drüben. Oder auch nicht, weil unser Inventar ist nämlich voll. Äh. Und es regnet. Und ich wollte das eigentlich jetzt hier noch schaffen. Aber ich schaff's natürlich nicht mehr, weil die Folge auch gleich wieder Haaaah. Wenn ich mich nicht ständig verschreiben würde. die Folge gleich wieder vorbei ist. Hier ist jetzt noch so viel. Ach, das ist ja. Da brauchen wir noch Schilder. Das haben wir noch gar nicht beschriftet. Oh. Hör auf. Habe ich jetzt noch eine Truhe dabei? Oder nicht? Alle weg. Hör auf. Äh. Was mach ich denn für ein Scheiß? Alter, komm. Ich mach ja einen Scheiß. Drei. Ach. Das ist ein Mist hier. Komm. Wir machen das jetzt noch. Ist ja egal. Habe ich eben heute mal acht Parts aufgenommen insgesamt. Kann man ruhig mal machen. Und da kann nämlich hier Nahrung rein. Und hier Pflanzen. Und damit meine ich keine Setzlinge und auch kein Laub. Aber es geht halt um die Ecke dann noch weiter. Pflanzen. Da haben wir zum Beispiel Pfingstrose. Zuckerrohr. Flieder. Solche Sachen halt, wisst ihr? Und hier unten bei Nahrung können wir zum Beispiel Schweinefleisch, Ei, Steak. Sowas eben. Pflanzen ist auch Kürbis, ist aber wiederum auch Nahrung. Machen wir mal so. Hier ist noch Mohn. Feuerstein. Verdammte Axt. Äh, ja. Machen wir dann weiter. Machen wir dann weiter. Wir schaffen es nicht mehr. Der Bart ist vorbei.